moin ihr lieben schön dass ihr wieder da seid hey guys great to see you again ja heute haben wir sozusagen die dritte und letzte episode meines smoker projektes today we have got the third and final episode of my smoker project ja gestern habe ich den smoker schön eingeölt dass das öl einmal ja über nacht in den stahl einziehen konnte yesterday i oiled the smoker setze oil could go into the steel over the night ja und heute möchte ich den smoker da noch einbrennen und ja das werde ich jetzt gleich tun and today i'm going to season the smoker that's what i will do now alles werdet ihr natürlich jetzt nachfolgend im video sehen wie ich den smoker einöle und wie ich ihn einbrennen werde das kommt jetzt gleich im video you will see everything now in the following video how i oil the smoker and how i season it ja und bevor ich das vergesse wenn ihr noch keine abonnenten seid dürft ihr das da unten gern nachholen drückt auf den abo knopf und drückt auf die glocke und dann verpasst ihr keine folgen mehr von meinen videos if you are not a subscriber yet you can yeah press a subscribe button down here and press a bell and and you won't miss any more my upcoming yeah new videos so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020